Die Nature First Apotheke am Albisrieder Platz in Zürich. Bei uns gilt Natur zuerst. Für das Wohl unserer Kunden führen wir wirksame Naturheilmittel wie Bachblüten, ein Homöopathiesortiment mit über 3000 Mitteln, pflanzliche Tinkturen und spagyrische Essenzen. Komplementär und Schulmedizin bilden bei uns ein sinnvolles Miteinander. Dabei helfen ihnen Spezialistinnen, das für sie richtige Mittel zu finden oder stellen es individuell für sie her. Unser Laden bietet ihnen eine Wohlfühloase, die im hektischen Alltag zum Verweilen einlädt. Dank einer modernen Warenbewirtschaftung können wir höchste Qualität garantieren. Nur 20 Schritte entfernt befindet sich das Nature First Therapiezentrum. Unsere kompetenten Therapeutinnen unterstützen sie in ihrem Wohlbefinden und wissen genau, welche Therapiemethode für sie die beste ist. Sämtliche Produkte finden sie auch online mit einem Klick zur Gesundheitsplattform www.naturefirst.ch 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 www.natureroot.ch Vielen Dank.